Und willkommen zurück in der neuen Folge Gears 5. So, jetzt probieren wir mal diesen blöden Boss zu legen hier. Und ja, schauen wir mal. Gut, aktuellen Kontrollpunkt neu laden. Machen wir doch mal. Da, auf dem Rücken. Unsere Chance, schieß auf den Rücken. So, wo wir gegen... Boah. Alter Schwede. Ich will jemanden halten? Ich muss eine Munition holen. Ah, der falsche Knopf wieder gedrückt, Mensch. Wir warten ein bisschen. So, das Bildmarkgerät abmachen heute. Servus. Ich bin ich. HALTER! Ich finde, der Ansicht ist echt immer ein bisschen bescheiden. Wenn hier hinten trifft er dich halt dann auch nicht. HALTER! 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 Äh... 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 Hahaha... Eh... Lass uns nicht mehr weg. Oh nein! Das Ding ist eine Verbindung zu mir, was? Gleich schalt es nicht aus! Katie! Sie kommt! Sie kommt! Wir wollten hier alles gerade biegen, aber ich habe es noch schlimmer gemacht. Und du bist sicher, dass es echt war? Das war es. Okay, vielleicht wird sie uns, ich weiß nicht, irgendwie helfen. Würde sie, wenn sie könnte. Aber sie ist nicht mehr meine Mutter. Und wer ist sie dann? Das lief doch relativ gut, muss ich sagen. Wenn sie ihre Königin haben und Niles Vorhersage sich bewahrheitet, brauchen wir einen neuen Plan. Nein, wir brauchen den alten Plan und den Hammer der Morgenröte. Oh, Gott sei Dank. Braucht ihr vielleicht ein Taxi? Wie habt ihr uns gefunden? Glaubst du, ich überlasse dir eine einzigartige Technologie und kann sie nicht bis zum Mittelpunkt des Planeten verfolgen? Ja, ja, schon gut. Und apropos einzigartig. Hilf mir mal mit dem Skiff. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja. Und jetzt müssen wir es töten. Ist sie... Ich habe das Gefühl, dass es viel noch lebt. Ich habe das Gefühl, dass es viel noch lebt. Willkommen in Vaskar, Heimat des geheimen Raumfahrtprogramms der Union unabhängiger Republiken. Ich war vorher noch nie im UOR-Gebiet. Bist du jetzt auch nicht. Vaskar war unabhängig. Der UOR blieb nur die Ehre der Besetzung. Verzeihung. Befreiung dieses ruhmreichen Landes. Okay. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, dass hier draußen nur noch wütende Nomaden leben? Das ist Garen Paddock, der mit Abstand wütendste aller Nomaden. Das ist ein UOR-Kontakt, Mann? Ich mag zwei Dinge nicht, Bert. Dekor und Kinder. Und du bringst mir beides. Weißt du, was ich nicht mag? Alte Männer und Wüsten. Und doch sind wir hier. Die gefällt mir. Kommt mit. Das Raumfahrtprogramm der UOR war viel weiter fortgeschritten, als die Core öffentlich zugeben wollte. Irgendwo in diesem Raumhafen befindet sich eine Rakete mit funktionstüchtigen Hammer der Morgenröte-Satelliten. Ich glaube, wir können das System wieder hochfahren und dem Schwamm eine volle Breitseite verpassen. Wenn die UOR Satelliten in den Pendelungkriegen hatte, warum setzte man sie nicht ein? Die Politiker wollten einen Waffenstillstand. Ein Satellitenstart hätte weitere hundert Jahre Krieg bedeutet. Aber einige vom Militär wollten ihn trotzdem starten. Tja, und das führte irgendwie zu einem klitzekleinen Bürgerkrieg. Wir kennen den Grundriss des Raumhafens. Wo sind die Satelliten? Versuch zum Raketenhangar. Hier. Die Sturmfronten machen einen Flug über die Wüste unmöglich. Und da kommt euer Skiff ins Spiel. Frage. Wissen wir, ob die Satelliten noch funktionieren? Oder überhaupt kompatibel sind mit unseren? Antwort wissen wir nicht. Und da kommt ihr ins Spiel. Außer ihr seid dafür zu feige. Oder zu dumm. Oder zu schwach. Wer ist das? Ein Freund, ob du es glaubst oder nicht. Macht euch mit dem Aufbau dieser Anlage vertraut. Es besteht die Chance, dass sie unter dem Sand vergraben ist. Und, äh, kommt zu mir, bevor ihr geht. Okay, Leute. Dann schauen wir doch mal. Ist dir klar, dass das auch daneben gehen kann? Schauen Sie sich erstmal ein bisschen um, würde ich sagen. Wir kriegen das hin. Müssen wir einfach. Vielleicht solltest du mir sagen, was du in der Maschine gesehen hast. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es gefühlt. Sie haben jetzt eine Königin. Sie werden nicht aufhören. Ich, ich habe sie geweckt. Also muss ich sie auch aufhalten. Ja, aber es liegt nicht nur an dir. Komm schon. Gehen wir zu mehr. Okay. Okay, wo sind wir jetzt hin? Gibt es irgendein Ziel? Nö. Wer ist, man? Er ist jetzt mal nicht voll, oder? Okay. Okay, ich habe ein paar Komponenten. Kann man irgendwas untersuchen, aber... Aber irgendwie macht er hier nichts. Leute sind echt in den Urlaub geflogen, was? Kaum vorzustellen. Sind sie. Zumindest bevor die UUR hier das Sagen hat. Okay. Oh, gut, du bist hier. Schnapp dir das Modul vom Tisch. Jack ist fertig für ein Upgrade. Okay, das können wir upgraden. Neue Fähigkeit gefunden in Führung. Jack übernimmt vorübergehend die Kontrolle über seinen Gegner. Ein Kurp kann nur der Spieler ausrüstung oder upgraden. Okay. Was ist denn? Fertig. Was macht das Ding? Mir nach. Vor ein paar Tagen habe ich Pertig ein Care-Paket geschickt. Mit ein paar Dibis und Egel. Hm, interessant. Potenziell gefährlich, aber interessant. Danke. Weißt du, als du Niles Maschine beschrieben hast, kam mir ne Idee. Ich nenne es Entführung. Na los, versucht es. Testen Sie den Führungsfunktion. Testen Sie den Führungsfunktionen. Hm. Sie hat sie aktiviert, sie hat sie aktiviert, sie hat sie aktiviert. Was ist das für ein Heller? Zeig ihm, was du kannst, Jack. Was? Du weißt, wie man den Schwarm außer Kraft setzt. Äh, nein, Jack flutet nur ihre Hirne mit ein paar Volt. Ist primitiv, fällt nicht lang an, aber es klappt. Gegen welchen Schwarm können wir es einsetzen? Nun, unsere Tester sind zwar begrenzt, aber... Weißt du was? Dreh durch da draußen, mal sehen, was passiert. Das werden wir machen. Oh, äh, noch was. Sieh doch mal nach Paddock, bevor du gehst. Wer ist draußen? Okay, ich schaue nochmal rein. Noch was, Ben. Wenn der Hammer oben ist, aber schon als erstes hin nochmal um. Ich weiß, ob du verlässlich bist. Mach dir keine Sorgen. Dieses Mal. Machen wir es richtig. Was mit Lizzie und dem Konvoi passiert ist, war nicht deine Schuld. Äh, abgehört. Ich denke mal, dass wir die Zeit erhöhen können. Ja, genau. 30% länger. Das graben wir doch gleich mal. Hopp. Nett, dass du das sagst, aber ich hab den Knopf gedrückt. Hatte kein gutes Gefühl dabei. Wollte es nicht tun, aber ich hab's getan. Also, meine Schuld. Da wir gerade dabei sind, hast du irgendwann 3D gefällt. Das versuche ich zu vermeiden. Nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Ich bin mein eigenes Glück. Ich bin mein Zeig. Ich bin dein Zeig. Ich bin dein Zeig. Ich bin dein Zeig. Seht euch das an, Kinder. Bis vor wenigen Wochen kamen wir gut zurecht. Wir nehmen die mal. Wir wollten sie wieder herstellen, ja. Aber euer Schwarm macht es nicht gerade leichter, wie gesagt. Der Hammer hat zwar Priorität, aber sagen wir mal, wir helfen. Was braucht ihr? Unser Wasserturm. Ihr könnt ihn nicht verwenden. Ich habe länger nicht zu meinen Leuten dort gehört. Keine Ahnung, was da genau los ist. Okay. Die werden wir rausfinden. Neun Ort gefunden. Wasserturm. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen Gnaren hier holen. Okay, sind wir voll. Das nehmen wir auch noch mit. Bomben? Okay, hier scheint so nichts mehr zu sein. Schau doch mal auf die Startbahn. Ich weiß bestimmt, wo ich hin muss überhaupt. Ich war damals in der Ausbildung einige Zeit in der Wüste. Sag Bescheid, wenn du ein paar Tipps willst. Weißt du, nur einer von uns ist ein Steinkind. Und ich bin's nicht. Ich komm schon klar. So seltsame Formationen habe ich noch nie gesehen. Das ist Sand. Super heiß gegrillt von einem Blitzgebot. Ach ja? Wie geht das? Ruhe Druckstöße ändert die atomare Struktur des Sandes. Du hast deine Berufung verfehlt. Du solltest Wissenschaften lehren. Das ist die Startbahn, oder? Die Startbahn ist dort. Okay. Schauen wir doch mal. Wer? Erwarten wir nach jemanden? Nein, tun wir nicht. Tja, das verheißt nichts Gutes. Von der Crew. Wie bitte? Was? Dad hat mir von Mount Kadar erzählt, was ihr erfahren habt. Und ja, ich weiß, dass du mich nicht traust. Nach allem, was passiert ist, was ich getan habe, kann ich's dir nicht verübeln. Und was sagt Jinn dazu, dass du hier bist? Jinn weiß nichts davon. Ach wirklich? Und lass mich raten. Er will sicher auch nur helfen. Ja. Fass ist nämlich gar nicht so übel. Naja, bin ich eigentlich schon. Du hast dich nur an mich gewöhnt. Wer zum Hacker sind die? Freunde. Sie kommen mit uns. Okay, sind wir doch eine Crew wieder? Die gefallen mir nicht. War ja klar. Wenn du die beiden mitnehmen willst, von mir aus. Aber ich rede mit dir. Nicht mit denen. Kommt ihr damit klar? Wie gesagt, ich will nur helfen. Bert. Tja, dann los. Schwenken wir uns in den Raven und suchen ein paar Satelliten. Kein Raven. Die Sturmfronten da draußen bringen eine Nummer. Also was? Sollen wir laufen? Amon, wenn du laufen willst, nur zu. Wir haben andere Pläne. Wir gehen in den Skiff. Ja, doch nicht mit dem Skiff, oder? Okay, Mimi. Okay. Na schön. Aber erst habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Ein großes. Klar. Dann rupf los. Du hast mich beloben. Und nach deiner Verletzung hast du dich zurückgezogen. Als... Als würden wir dich gar nicht kennen. Ich war nicht wirklich ich selbst, ja. Das weiß ich. Und wer steht heute vor uns? Euer Freund. Ich wollte ja Teddy überreden, dass er seine dunkle Seite annimmt. Aber irgendwie bringt ihr das Beste zum Vorschein. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ob wir den Satelliten finden, schauen wir uns natürlich jetzt in der nächsten Folge an. Weil ich glaube, dass es da natürlich jetzt ein bisschen länger geht. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn ihr mir ein bisschen Support da lasst, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi. Bis dahin.